Hallo zusammen, willkommen bei einem neuen Tutorial vom PC-Tipp. Heute zeige ich euch kurz, wie man die Stimme der Siri vom Assistent vom iPhone ändern kann. Es gibt nämlich mehrere Optionen. Dazu geht man hier in die Einstellungen, scrollt hier runter bis zum Punkt Siri und Suchen. Und dann sind wir hier auch schon im Siri-Menü und dann sehen wir den Punkt Siri Stimme. Das tippt man hier drauf und dann habt ihr hier die Wahl zwischen Männlich und Weiblich. Weiblich ist die Standardeinstellung, wir wechseln jetzt hier auf Männlich. Ich bin Siri, dein virtueller Assistent. Und ihr seht jetzt hier, wie der Download von dieser Stimmdatei gestartet wird. Und wenn das auf 100% ist, wird das gewechselt und Siri wird zukünftig mit einer männlichen Stimme reden. Das ist es schon gesehen. Ich hoffe, das habt ihr nützlich gefunden. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Vielen Dank.